Ja, hallo liebe Ameisenfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mal am Donnerstag. Warum das so ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich möchte nämlich meinen Zeitplan wieder abschaffen. Ich habe viel mehr Spaß, wenn ich die Videos spontan drehe und dann auch spontan hochlade. Und Vorproduzieren ist jetzt auch nicht so das Wahre, dann ist einfach die Motivation nicht so da. Ja, wenn ich genau weiß, heute ist Donnerstag und ich schlage es erst am Samstag hoch, dann ist der Spassfaktor kleiner. Und ja, deswegen kommen die Videos jetzt wieder spontan. Trotzdem werden es noch zwei Videos die Woche mindestens sein. Es können auch mehr Videos sein. Seid gespannt und schon vermutlich seid ihr da nicht so böse drüber, nur passt es mir halt so besser. Und ja, und dann wollte ich mich noch bedanken für die ganzen Bestellungen von Nester, von Königinnen und eure Fragen per Mail, per Kick Messenger, falls ihr das kennt. Und ja, ich möchte vielleicht mal ein Facebook-Profil machen mit dem Namen der Ameisenzüchter, wo ihr mir dort auch noch Fragen stellen könnt, weil ich einfach gerne auf eure Fragen eingehe und diesen Beruf werde ich auch erlernen bald mit einer Ausbildung. Ihr müsst um Detailhandelsassistenten, heisst es bei uns in der Schweiz. Ich weiss ja nicht, wie es bei euch heisst. Und je nachdem, wo ihr wohnt, ob in Deutschland, Österreich, Lichtenstein und halt so die deutschsprachigen Länder, und ja, ja, ich würde gleich diese Videos gar nicht verstehen. Deswegen kann ich viele Länder schon ausschliessen, wo ihr wohnt. Ähm, genau. Ich wollte mich halt einfach dafür bedanken. Und es da sind ein paar Leute, habt noch ein bisschen Geduld. Geht mir noch so eine Woche, dann gehen die auf den Versand. Und ähm, auch Temdothorax-Königinnen gingen dann wirklich wie warme Semmeln. Ich habe noch, noch, ja, noch, ja, wie viele habe ich noch? Noch eine. Und hier sind noch zwei, genau. Ähm, diese hier ist wahrscheinlich nicht becuttet. Ähm, ähm, die will andauernd raus. Solche Königinnen verschicke ich natürlich nicht. Hier ist auch noch eine drinnen, glaube ich. Jo, hier. Ähm, die hat aber Brut dahinten. Nur sieht man das jetzt natürlich schlecht. Ähm, kümmert sich aber irgendwie nicht so richtig drum. Und genau solche Königinnen versende ich nicht. Die, ähm, letzte, die ich hier habe, die ich versende, hat Brut, der geht es gut. Alles tipptopp bei ihr. Und, ähm, ja, danke einfach mal dafür. Und ich habe noch eine Frage. Und zwar wollt ihr ein 100-Abo-Special? Das heisst, ähm, so ein Video, wo ich mich für meine 100 Abonnenten bedanke. Und ich möchte gerne auch eine Verlosung machen. Und bevor ich das jetzt mache, wollte ich überhaupt, euch überhaupt fragen, ob ihr denn Bock da drauf habt. Und zwar würde ich zwei Gründerkolonien verlosen. Einmal Formica Fusca und einmal Lasius Niger. Ähm, beide Völker. Ähm, haben ganz, ganz junge Arbeiterchen. Die sind noch hell. Ähm, einfach wunderschön, diese Tiere. Und ich möchte gerne dieses Jahr an euch verlosen. So als Dankeschön. Und, ähm, ja, und bevor ich das mache, ähm, will ich euch natürlich fragen, ob ihr da überhaupt Bock drauf habt. So, bevor jetzt das Video 10 Stunden lang wird, ähm, beende ich es mal lieber wieder. Und, ähm, ja, wir sehen uns halt jetzt, ähm, nicht mehr regelmäßig. Doch das schon, aber halt nicht. Nicht immer zu den gleichen Zeiten. Nicht immer am gleichen Tag. Und so weiter. Ähm, ja, dann bis diese Tage, liebe Ameisenfreunde. Bleibt gesund. Euer Ameisenzüchter. Ciao.